Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Guten Tag und herzlich willkommen. Dieses Video heißt Volumetrie 3 – Redox-Titration. Das Video gehört zur Reihe Quantitative Analytik. Für die notwendigen Vorkenntnisse solltest du dir das Video Volumetrie bereits angeschaut haben. Mein Ziel ist es, dir in diesem Video die Grundlagen der Redox-Titration zu vermitteln. Das Video habe ich in sechs Abschnitte unterteilt. Erstens, was ist Redox-Titration? Zweitens, Bedingungen für die Titration. Drittens, praktische Durchführung. Viertens, Titrationskurve und Äquivalenzpunktbestimmung. Fünftens, Beispiele und sechstens, Zusammenfassung. Erstens, was ist Redox-Titration? Die Redox-Titration ist, wie der Name sagt, eine Titration. Damit gehört sie zu den Volumetrischen Methoden. Für die Titration benötigt man eine Burette. In der sich die Maßlösung befindet. Die Maßlösung tropft in ein Becherglas mit der Probelösung. Der Stoff der Maßlösung sei A. Der Stoff der Probelösung sei B. Der Gehalt von A muss bekannt sein. Das heißt, seine Konzentration. Das geschieht durch die bekannte Titrationsgleichung. Bei W handelt es sich um die Wertigkeit des entsprechenden Stoffes. Wichtig für die Titration ist, Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.